Sie hängen in Türmen hoch über Dörfern und Städten, sie rufen zum Gottesdienst, sind Zeitansager und im ländlichen Raum manchmal auch Signalgeber. Nämlich wenn im Ort zum Beispiel ein Kind geboren oder ein Mensch verstorben ist. Die Rede ist von Kirchenglocken, von Heavy Metal im Kirchturm. Manchmal aus Stahl, meistens aus Bronze, aber jede mit einem unverwechselbaren Klang. Alle diese Klänge werden im Internet in einer Glockendatenbank gespeichert und hörbar gemacht. Create Soundscape, auf Deutsch erschaffe eine Klanglandschaft. Das ist die Idee der akustischen Glockensammlung auf der gleichnamigen Internetseite. Eine digitale Karte, eine Markierung, dahinter erklingt die Glocke. Wenn Sie dann auf so eine Karte gehen und zoomen ran und dann ploppen lauter Kirchtürme auf und Sie können die anklicken und können dann die Glocken dort läuten. Martin Kares, Glockensachverständiger der Evangelischen Landeskirche in Baden, hatte die Idee für die Klanglandschaft, für Create Soundscape. Hier hörte die Glocken der Stephanuskirche Hörsingen in der Börde. Drei eher kleinere, zwischen 200 und 400 Kilo schwer. Dazu Bilder der Kirche von außen und innen. Glocken-Fan Hendrik Hopfenblatt aus Eberswalde war dafür in Hörsingen. Wir haben Geschichtsvereine, die sich darum kümmern. Es gibt Einzelpersonen. Aber wir haben eben besonders auch Materialien für Jugendliche, für Jugendgruppen entwittet. Da gibt es Tutorials, wie man sicher auf den Turm kommt, wie man gescheite Aufnahmen macht, wie man die hinterher auch schneidet, die Aufnahmen. Ob Jugendfeuerwehr oder junge Gemeinde. Insbesondere junge Leute sind angesprochen. Aber bei Create Soundscape kann im Prinzip jeder mitmachen. Bundesweit sind schon einige tausend Glocken in der Datenbank. Bei uns allerdings hat die Glockenlandkarte noch viele weiße Flecken. Und da kommt ihr ins Spiel. Also ein paar schöne Bilder von der Kirche oder von dem Turm, wo die Glocken drin hängen, innen und außen. Bei den Glocken selbst ganz hilfreich ist, wenn man den Durchmesser bemisst, wenn man gut rankommt, die Inschriften aufnimmt. Und dann, das mit das Wichtigste sind die Töne. Aber das macht man nicht im Turm, sondern das macht man außerhalb vom Turm, dass man die Töne aufnimmt. Für Create Soundscape, die wachsende akustische Glockenlandschaft aus der Kirchenredaktion Thorsten Kessler.